Und euch dann erzählen, wer weiterkommt. Also bleibt gespannt. Die nächste Band ist auch ein Akkonym. Besteht zum einen aus dem englischen Wort für kranig und langsam. Der zweite Teil des Namens ist die typische Vorsilber einer bekannten Fastbook-Kette. Und der dritte Teil die sogenannte Kreiszahl. 3, irgendwas, ich weiß es nicht genau. Aber die hatten mehr Stellen. Ich glaube, unendlich viele Stellen. Das war voll der Killer. Alright, jetzt für euch, live und in Farbe, Letty McPie! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020